So Läuft Aufnahme läuft, sehr schön Ja, oh Ja, willkommen Zu Let's Play Live Ich weiß nicht, ich sehe gar nicht wie viel Ich habe nämlich mal ein bisschen hier So ein bisschen das Setup umgestellt Ich weiß nicht, ob man es auch sehen kann Ich denke mal, man kann es sehen, weil ich habe hier viel mehr mehr Platz In meinem Fensterchen In meinem Fensterchen habe ich hier viel, viel mehr Platz Jetzt hier, ihr seht Ich muss mal eben einen Schluck trinken Wir haben ja noch keine 8 Uhr Hallo Wicker übrigens Ich wollte gerade was anderes sagen Aber äh Ich äh, wieso guckst du denn so komisch so Ich ähm Ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen Wie ich deinen Namen lesen Aber ich spare mir diesen Kommentar jetzt einfach mal So, ich schaue mal eben in die In die Tutorialliste Ach guck mal, der Affenkaiser ist auch schon da Und der Wicker Ach guck an Und ich bin selber Ne, ich gucke ja gar nicht zu Stimmt Haha So Äh, warte mal eben Ich muss mal eben hier Wie gesagt, wir haben ja noch keine Noch keine, noch keine, noch keine Äh, 20 Uhr Hallo Enrico Ich grüße, ich grüße auch dich Oh, 5 zu Ich hoffe, die, die Anzahl stimmt hier unten runter So, warte mal Das packe ich jetzt mal weg Das ist jetzt unwichtig Das, äh Achso, ich brauche ja Ne, ganz wichtig Ich hoffe, ich kann das heute irgendwie so Zeig, warte mal Wenn ich das so halte, ne Ich glaube, dann kann man es, glaube ich, dann erkennen Ne, ist auch schön groß Das Bild, das wird Das wird heute Ich, alter Schwede Bin ich der Einzige Oh, doch nicht Hey Enrico Huch Werden wir denn Wo, wo platze ich denn Wenn ihr meinen Schreibtisch sehen würdet Ne, ihr würdet ausflippen, glaube ich Wo packe ich den denn Warte mal Ähm Ja, auch, ne Auch dich an die Auf YouTube Ne, Hallöchen Willkommen zur zweiten Runde Ähm Wir haben mal wieder Ist eine Woche vergangen Wir spielen wieder Act it out Ähm Ich weiß gar nicht, wann ich die Folge hochladen Ich bin mit den ersten Folgen noch gar nicht soweit Ich habe erstmal die zweite Folge hochgeladen Äh Ich muss die anderen Folgen noch schneiden Ähm Und jetzt Ich hoffe morgen Also für die Leute, die im Stream Äh Jetzt zugucken Für die ist ja heute Und für dich auf YouTube Weiß ich nicht, wann es ist Aber bis dahin wird es wahrscheinlich schon raus sein Wenn es Wenn ich es schaffe Äh Wird eventuell morgen Far Cry Primal bei mir eintrudeln Wenn ich es schaffe Und dann werde ich morgen schon etliche Folgen aufnehmen Da freue ich mich sehr drauf Ich darf es aber leider erst ab Ähm 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 23. veröffentlichen 23.2. Weil da ist offizieller Release Und ich möchte mich doch davor bewahren Dass mein Channel gesperrt wird Deswegen werde ich da erst am 23.2. Ich glaube so circa 15 Uhr Hatte ich glaube ich auf Facebook geschrieben Äh die erste Folge veröffentlichen Von Far Cry Primal Und ihr seid herzlich eingeladen dann zuzusehen Ich Das wird kein Live Let's Play Also nicht auf Twitch wird es zu sehen sein Sondern Es wird nur rein für YouTube Weil ich weiß Es gibt wirklich Wirklich viele Leute Hätte ich jetzt nicht so erwartet Aber es gibt wirklich viele Leute Ich möchte die auch auf YouTube Mein Gott YouTube gucken Und ähm Ja Und ähm Deswegen mache ich das mal wieder Wird mal wieder Zeit Dass ich mal wieder ein großes Let's Play starte Und ich dachte mir Komm Far Cry interessiert sich ja sowieso Für alle Teile gespielt Deswegen werde ich dann Far Cry Primal Dann Let's Playen So ähm Migi Migi Grüße dich Hallo Willkommen zur Let's Play Live Show Schön dass ihr da seid Yeah So jetzt wieder fleißige Raterunde Dann heute mal wieder Ich schaue nochmal eben in den Ähm In die Zuschauerliste Wenn sie geladen wird Ich hoffe das funktioniert heute alles Auch mit der Aufnahme Im Übrigen Für Layers of 4 Freunde Ähm Die erste Ich glaube Ja die dritte Folge ist ja heute schon rausgekommen Es sind mittlerweile Normalerweise sind es 11 Folgen Aber es sind leider nur 10 geworden Weil eine Folge Die Folge 6 ist mir leider Ja ich muss es leider sagen Folge 6 Ihr habt es letztes Wochenende mitbekommen Die Aufnahmeprobleme Die ich hatte Ähm Folge 6 ist leider zerstört Das sind ca. 14 bis 15 Minuten Die fehlen beim Let's Play Ich konnte es leider nicht retten Ich habe alles mögliche versucht Aber egal Läuft trotzdem weiter Sind dann halt nur 10 Folgen Aber es kommt Es geht ja heute weiter Ab 22 Uhr spielen wir natürlich Layers of 4 weiter Natürlich Hallo Smirks Auch an dich Einen wunderschönen guten Abend Und herzlich willkommen zu Let's Play Live Show Ich quatsche Schon wieder viel zu viel Und viel zu lange Aber egal Wir haben noch keine 8 Uhr Wir fangen ja mal um 8 Uhr an Dann machen wir heute erstmal So ein bisschen so eine So eine Quatschrunde Machen wir eigentlich Machen wir jetzt glaube ich Regelmäßiger oder Die Musik passt doch gerade dazu So falls ihr euch fragt Warum hat der Demlack eigentlich gerade so eine Mütze auf So kalt ist es doch gar nicht in Deutschland Doch es ist sehr kalt Und außerdem hatte ich keinen Bock mir die Haare zu machen Und der nicht im Schönheitswettbewerb Also Hallo Smirks Auch hatte ich einen wunderschönen guten Abend Und herzlich willkommen zu Let's Play Live Show So ich fand auch mal einen Schluck Trinken Warten mal Ist übrigens immer noch die Für die Leute Für die Leute die sich fragen Ja es ist immer noch die Winnie-Pooh-Tasse Falls ihr Lust habt mir irgendwie Ein paar Tassen zuzuschicken Weil ihr meint Ich hab keine Ich hab nur die eine Dann tut es ruhig So Schau ich auf jeden Fall Auch haben will Far Cry Ja Wann spielst du GTA Flex Oh weiß ich gar nicht Es ist ja momentan Hab ich jetzt gelesen Ich hab mich ja wieder ein bisschen informiert Wieder was Spiele-News Alter Was Spiele-News Angeht Äh Ähm 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 Äh Äh Yeah Quatschen Los Mütze ab Ähm Es ist wieder Doppel-EP Und Doppel-Kohle Bei GTA weiß ich Ich weiß noch nicht Wann ich mal wieder GTA Spiele Ich muss mal gucken Vielleicht machen wir das Das nächste Mal wieder Das ich mal wieder Im Weil ich glaube Im Stream kam es ganz gut an Und vor allem finde ich ganz geil Die 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 Spiele-Listen Bei GTA Machen ja immer sehr sehr viel Spaß Lol Ich hab viele Tassen Cruelix Auch an dich Ein wunderschönen guten Abend Herzlich willkommen Zur Let's Play Live Show Zur großen Quatschrunde Erstmal vorab Weil wir noch keine 8 Uhr haben Weil jetzt trudeln nämlich Erstmal so die Die ersten ein Ach ich hab heute Was ganz wichtiges vergessen Ich muss das mal eben schnell machen Warte mal Neues Fenster Ich hoffe ich kriege das jetzt mal eben Auf die Schnelle hin So Für die Leute die auf Facebook Immer drauf warten Und vielleicht Immer hoffen Dass ich immer schreibe Ja ich hab's vergessen Entschuldigt bitte Habt ein Nachsehen mit mir Ich muss mal eben Auf Facebook posten Dass der Stream läuft Ja Weil nicht dass es da Leute gibt Die es vielleicht verschlafen Es gibt ja wahrscheinlich Leute Die es wahrscheinlich verschlafen Also würde ich jetzt mal behaupten So Diskussion beginnen So äh LPLS geht los Also einschalten So äh was PLS schreibe ich vor allen Dingen Ist natürlich Ich bin so schlau Ich bin so schlau Ähm www.twitch.tv Schrägstrich Reflex GER So Enter Und posten So Und dann war's das auch schon Dann ist das gepostet Dann bin ich da wieder Auf der sicheren Seite Dass das alle mitbekommen Für die Leute Die es wie gesagt verpassen Ähm 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 Wie lange geht's noch bis du spielst Äh um 8 Uhr geht's los Wie immer Hast du noch ne Hast du noch 3 Minuten Also wenn du mal Pipi machen gehen willst Dann Geh mal Pipi machen Also wie gesagt Ich hab ein bisschen das Setup umgestellt Ihr seht ich bin viel weiter weg von der Kamera Ich hab ein bisschen mehr Platz zum Zum Handieren Und äh Genau wann geht's los Gleich 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 Beruhigt euch mal ein bisschen Schäm dich Flexi Ja Habt zum Glück die Meldung über Twitch an Es tut mir leid Es tut mir leid Es tut mir leid Ich äh Ich schämme mich Ich stell mich Ich stell mich einfach in meine Bildschirmecke Warte mal So Ja äh Ich weiß noch gar nicht wie lange es heute geht Lass uns mal überraschen Weil um 22 Uhr geht's ja wieder weiter mit Horror Mit Layers of Fear Dann müssen wir das Live Live Let's Player Äh Da müssen wir das Alter ich bin so verwirrt Ich bin so verwirrt Ich bin so verwirrt Verwirrt Ich bin mega verwirrt Äh da müssen wir das Live Let's Player heute weiterspielen Vielleicht schaffen wir es ja heute durch Ich bin ja circa bei der Hälfte Vielleicht spielen wir es heute durch Und vielleicht Vielleicht spielen wir danach noch was anderes Ich weiß es noch nicht Keine Ahnung Ich weiß wie gesagt noch nicht wie lange es heute geht Ähm Müssen wir mal schauen Vielleicht spielen wir nachher ein bisschen Minecraft oder so Vielleicht 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 auch nicht Je nachdem Worauf ihr Lust habt Wir müssen auch Dings weiterspielen Fällt immer an Ein ne Until Dawn Wollten wir auch noch weiterspielen Da haben wir ja Da haben wir ja Letztes Letzten Freitag War das letzten Freitag Mein Gott schon wieder so lange her Ich glaube letzten Freitag haben wir angefangen Ne Kann das sein Ähm Was Ja klar Das nehme ich dir nun aber nicht ab Was Warum Alter Ach Zuschauer Das Schlimme ist Ach Zuschauer Hören gerade irgendein Bekloppen Oben rechts in der Ecke zu Der ein Startbildschirm zeigt Und irgendeine dumme Scheiße quatscht Das ist so Für dich auf YouTube sind jetzt gerade fast 10 Minuten vergangen Und äh Ja ich weiß nicht ob ich das drin lasse Oder ob ich das rausschneide Aber ich glaube ich lasse alles drin Ich Es ist einfach Es muss drin bleiben Weil es gehört dazu So Ja wir haben 8 Uhr Ich würde sagen wir starten die Runde Ich trinke nochmal ein Schluck ab Warte Wir spielen wieder das ähm Lustige Charade Spiel Act it out Und ihr seid natürlich wieder herzlich eingeladen Gemischte Charade mitzuspielen Jaja für den Modus brauchst du auch Papier Wir spielen wieder zwei Spieler Machen wir da ein kooperatives Spiel Weil jeder Jeder gegen ihn ist Team Das funktioniert ja eigentlich Weil wir sind ja zu zweit Also Moa Und Moa So Ähm Na mal ändern Machen wir beides eigentlich Ne LPLS Community Weil eigentlich So Äh Com U Na wieso schreibst du denn so groß Na Com U Niii T So Der andere Spieler heißt auch Äh Community LPLS Community LPLS Na Da stehst du doch schon Community So LPLS Community Gegen LPLS Community Find ich gut Was das war kein richtiges Schem Ich mag Was was Scheiße Ich mag scheiße lauern Ja das ist gut Da seid ihr hier richtig Also falls du gerade eingeschaltet hast Willkommen zur Let's Play Live Für jeden Freitag Samstag ab 20 Uhr Wir starten Wir machen Machen wir ein langes Wir machen direkt ein langes Oder Wir fangen direkt Direkt in die vollen Würde ich sagen Wir starten direkt in die Direkt in die vollen Und da geben wir Gummi Also los geht's LPLS Community So Und jetzt geht's los Wir dürfen uns keine Kategorie auswählen Das ist wieder so hier Das ist die Kategorien Vorab Ich wieder sehe Und alles Pipapo Und ich muss euch dann Phantomimisch Oder wie auch immer Das erklären Ich geb mir Mühe Macht die Bereite Mit einem Griff zu erfahren Ja Oh Gott Ich bin Summe oder singe das Lied mit La 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 Ohne den Textlied zu erwähnen Ähm Jetzt bin ich mal gespannt War gerade Pipi machen Wie du gesagt hast Das ist richtig So Es ist ein Song Ja ich würde gerne nur Wissen wie dieser Song heißt Mehr nicht Jetzt alter Und ich summe diesen Song Also viel Spaß Achso ich muss mir das Handy mal wieder hinstellen Hm 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 Ich kann Keine Ahnung Wie ging der Song denn nochmal Verdammt Ich konnte Ich singe übrigens nur den Refrain für alle, die sich jetzt fragen, was macht der Bekloppte da oben eigentlich. An die zwölf Zuschauer, willkommen. Alle meine Entchen, nein. Nein, Bananabrot-Song ist es nicht, nein. Keine Ahnung. Mehr fällt mir auch zu dem Song gerade nicht ein. Ich weiß es nicht. Alter, 13 Zuschauer, ihr seid wahnsinnig. Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Freitag, Samstag, 20 Uhr und es ist Der Kommissar. Der Lala-Song, ja. Nein, es war der Kommissar gewesen. Keine Punkte. Es geht weiter. Macht ihr bereit, den kleinen Begriff zu erfahren? Okay. Muss ich das beschreiben? Ich schreibe die Handlung ohne eines der Wörter im Titel zu nennen. Okay, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, denke ich mal. Echt jetzt? Ja. Das kriegen wir hin. Also, es geht um einen Film. Ja, ich würde gerne wissen, wie dieser Film heißt. Also, los geht's. Also, dieser, äh, es ist ein Superheld. Er trägt einen Umhang und, ähm, er hat Laseraugen. Ich glaube, das dürfte eigentlich als Information schon reichen. Ich glaube, die ersten trudeln jetzt gleich schon mit der Antwort ein. Ähm, und er hat, glaube ich, ein großes, äh, S auf seiner Brust. Ich glaube, äh, da brauche ich, glaube ich, nicht lange warten, ähm, bis jetzt die Antwort eigentlich kommt. Ähm, ja. Ja, ja, genau. Superman, Superman. Ja. Glückwunsch, Midschi. 560 Punkte für dich. So. Okay, weiter geht's. La, 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 la. Ich schau mal eben, was haben wir denn hier noch? Okay, das kriegen wir hin. Das krieg, äh, das, das müssen sie hinkriegen. Also, das, das Lied kenne ich. Also, ich bin schon wieder so am Wippen, ne? Ich bin total nervös schon wieder. Okay, mal gucken, ob das einer, mal gucken, ob das einer von euch kennt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also, ich muss, ist wieder ein Song, ja? Also, ich muss, ist wieder ein Song, ja? Ja! Silent Soul! Jawohl! Don't worry, be happy! Ja! Weiß... Wie heißt das? Ich weiß es! Ja! 1115 Punkte! Was? Frontworte? Be happy? Guten Abend, Prost zusammen! Will natürlich auch nicht grüße Sie, willkommen zur Let's Play Live Show und Pröstchen! Äh, kenne ich nicht. Das kriegen wir hin. Das wird, denke ich mal, auch schnell beantwortet werden. Wir suchen ein Videospiel. Ja, also den Titel des Videospiels. Ja? Es reicht mir einfach nur, wie das Videospiel heißt. Mehr nicht. Und ich muss es beschreiben. Ne? Also, aufpasst. Es ist ein Shooter. Ist vor kurzem sogar, glaube ich, mittlerweile der vierte Teil erschienen. Ähm, es ist von Bethesda Studios. Und, ähm... Ja, es geht um eine Nuklearexplosion. Und dann rennt man da in dieser katastrophalen Welt rum. Wie heißt dieses Spiel? Ich glaube, das, äh... Dürfte, glaube ich, nicht allzu schwer sein, wie es heißt. Ich glaube, da bin ich jetzt mal gespannt, wer jetzt der Schnellste ist von euch. Ich lass mich da echt mal waschen, weil mehr brauche ich eigentlich zu dem Spiel nicht sagen. Das müsste normalerweise eigentlich wie aus der Pistole geschossen kommen. Call of Duty ist es... Hä? Yeah! All out! Goelix! Goelix Glückwunsch! Wie kommt denn... Nehmen wir auf Call of Duty. Seit wann hat denn Call of Duty eine Atomexplosion? Hä? Ja gut, Nuketown vielleicht. Far Cry, hä? Es war Fallout gewesen, ja. Alter Schwede. 1.640 Punkte schon. Ihr seid gut. Ihr seid heute echt gut. Gut, mir fallen heute mehr Sachen ein. Ist aber kein Shooter. Ja, mein Gott. Aber man spielt es in der Ergo-Perspektive. Also es ist für mich ein Shooter. So. Hm. So. Oh Gott. Wir suchen einen Song. Ja, wir suchen wieder einen Song. Und diesmal kommt der Song aus den 90ern. Ich bin mal gespannt, ob ihr den kennt. Ich muss ihn wieder vortragen. Durch. Zählt nicht seinen Song. Es muss schon ein perfekter Ausdruck sein. Wie heißt der Song? Genau ausgeschrieben. Weil das kann ich nicht akzeptieren. Yeah! Steveus Germany. Steveus Germany. Barbie Girl. War richtig gewesen. Tut mir leid, Silent Soul. Aber wie gesagt, es muss schon korrekt ausgeschrieben sein. Weil sowas akzeptiere ich nicht. Barbie Girl. Barbie. Jawohl. So. Come on, baby. Come on. So. Weiter geht's. Ich schau mir den nächsten Begriff an und schau dann mal, was da so... Oh Gott. 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 Ich muss es zeichnen. Ich muss es zeichnen. Äh. Wie male ich das denn? Alter. Wie male ich das denn? Oh Gott. Oh Gott. Da muss ich jetzt mal... Warte mal. Ich muss mal das Mikrofon ein bisschen wegschieben. Ähm. Ähm. Okay. Wir suchen ein Videospiel. Ja. Wir suchen wieder ein Videospiel. Und äh. Wie heißt dieses Videospiel? Ich beeile mich auch mit dem Zeichnen. Ja? Es ist Sonne. Bis gleich. Ich beeile mich. Ja. Ich zeige es dann in die Kamera. Warte. Äh. 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 Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Ob das schon reicht, wenn ich das so male. Alter. Da kriege ich das überhaupt so hin? Ich beeile mich mit dem Malen versprochen. Halt. Ich kann so schlecht... Ich hab... Ich kann so schlecht... Ich kann so schlecht malen. Also ich konnte mal richtig gut malen. Far Cry. Nein, ist es nicht. So, das ist das Erste. Ich weiß nicht. Nein, Mario ist es nicht. Boah, da bin ich mal gespannt, ob da einer draufkommt. Ich, äh, ähm, ähm, warte. Vielleicht kann ich das so machen. Bioshock! Yeah! Cruelix! Bioshock! Richtig! Cruelix lag richtig. Es ist Bioshock. Es ist Big Daddy. Yeah! Ja, Mann! Hätte ich nicht gedacht. Wie kamst du drauf? Kamst du drauf wegen dem, wegen dem, wegen dem Arm mit dem Bohrer? Weil da war jetzt die einzige Möglichkeit. Ich hätte jetzt... Das nächste wäre gewesen, weil ich hab jetzt hier den, den Bohrer gemalt aus dem zweiten Teil. Weil man spielt ja hier den Big Daddy. Ja, ich weiß, er ist ganz schön armselig für den Big Daddy. Und hier wollte ich jetzt ein Luftschiff malen, wegen Bioshock Infinite. Das ist so. Das ist so. Ja, nächste Runde. Weiter geht's. So. Der nächste Riff. So. Lalalala. Achso, ich muss mal eben hier eine Folgenpause machen, Alter. Für, für, äh... Für YouTube. Also. Bis zur nächsten Folge. Ciao.